die paladin patrouille aber an der sind wir einfach vorbeigelaufen karawanenbesitzer ja also erstmal meine orks wieder auffüllen weil ich glaube nicht dass ich mir den untoten viel erreichen werde noch wie gesagt ist schade wir können die stadt nicht abgraden und dadurch nicht an die schätze kommen von den drei statuen die tolle wolfsgrube an die man nicht ankommt in der schamane ist jetzt auch weg den wir gehen krank mit dem etwas netten beigeschmack überreicht haben so matter wie ihr mit dem karawanenbesitzer so Ich kann mich überprüfen, meine Güter für Inspektionen. Meine Männer haben in der Neubau Tavern geholfen. Ich bin jetzt nur Zeit und Geld hier, aber ich kann nicht ohne sie. May ich ein paar Tough Guards, mich selbst, um sich zu beherren, wir sind gerade für den Job. Ich möchte euch einen Test testen. Es gibt einen Briegane Settlementen, sie bezeichnen sich die Fierce Jackals. Ich werde euch und euer Gefährten einstellen, wie ihr mir den Ring des Anführers der grimmigen Schakale bringt. Eure Dienste werden auch gut entlohnt. Hm. Halt den Ring des Brigantenanführers. Ja, toll, den habe ich schon. Von daher, also das ist dieser Ring hier. Wo auch immer ihr hingeht. Ich pumpe euch mal mit Tast voll, dann geht's schneller. Ja. Ja. Okay, die da wollen wohl nicht, dass ich da durchlatsche. Und mir fällt gerade ein, es gibt noch ein Gebiet, wo, also ein Ort, wo ich Erfahrungspunkte und gegebenenfalls auch noch Steine kriegen kann. Was auch immer ihr da macht, das sieht uncool aus. Vielleicht. 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 Jetzt geht's. So, mehr Laufgeschwähigkeit für meine Truppen ist immer gut. Ja. Lass uns gehen. Wahrscheinlich. Was? Ja. Wir? 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 So, kriege ich auch noch ein paar Erfahrungspunkte hier. So, die Suchbehausung ist schon mal down. So, jetzt ist alles hier im Eimer. Aber wieder keine Steine. Okay. 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 Ich er型. Wow. Okay. und da sind Paladine. Hm? Ja, jetzt geht die Tür auf. Ich dachte schon, ich habe mich gerade schon gefragt, ob da noch was passiert überhaupt. Wir haben zwar keine Schätze bergen können, aber keine Ahnung, was das überhaupt für Sachen gewesen wäre. Let me tell you. My soldiers are not easily scared. We'll investigate what's really going on in that tower. Who knows? We may find something valuable there. Ja, und wir haben es ins neue Gebiet geschafft. Wie man sieht, ist das nicht ganz so groß. Okay. 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 Okay.